Marschon, Marschon, Cœur Saint-Laurent-Pierre, Abreu de l'Océaude. Ich habe von meinen vier Töchtern drei an Männer mit Migrationshintergrund gegeben. Jetzt sind drei unserer vier Töchter unter der Haube. Aber um welchen Preis? Das hier ist für euch. Ach, danke, Abraham. Was ist es? Die Vorhaut von Benjamin. Aber in Afrika, da stehen einige Türen offen. Alle können eintreten. Es gibt nicht schwarz oder weiß. Was zählt denn, Mensch? Ich bin kein Rassist, aber ich hätte es lieber gesehen, wenn mein Sohn eine Schwarze heiratet. Eine Afrikanerin. Verstehen Sie, was ich meine? Man könnte welcher Klimaflüchtling? Nein, ich bin kein Flüchtling. Meine Eltern waren es. Aber ich bin in Frankreich geboren. Ich bin Französer. Klar, das sieht man sofort. Wir können Zelte im Garten aufstellen. Ja, warum nicht gleich Bambus büten? Ha, Papa Jai! Äh, bei Abderazaks Hochzeit, da waren es auch sehr viele. Da haben wir Zelte aufgestellt. Oh, das war nett. Abderazak, da sind doch Beduinen. Sie sind daran gewöhnt. Aber wir, Monsieur, wir in Abidjan, wir schlafen in festen Häusern. Was wollen Sie hier? Ich bin der Schwiegersohn und Anwalt von Sie, Herrgeber. Wer sind Sie? Ich bin auch sein Schwiegersohn. Ja, was? Wer sind Sie? Ich bin auch sein Schwiegersohn. Ja, ich bin auch sein Schwiegersohn. Und sind ja, dann sehe ich hier rot. Fast. Was heißt fast? Na ja, ich bin der Sohn von Monsieur Coffin. Ja. Und da ich die Tochter von Monsieur Werneu erratte, bin ich fast sein Schwiegersohn. Unter meinen vier Schwiegersohnen ist nicht sein einziger Ur-Französer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017